So, Sacred geht in die nächste Runde. Letzte Runde. Bis es dann im Jahre 2014 auf TSCs Game Channel released wird. Dead Island habe ich schon komplett hochgeladen. Ich muss es nur noch veröffentlichen. 35 Parts. Alter. Aber alle zu eine Stunde? Ich bin ja die nächsten zwei Wochen in Fechter. Da habe ich genug Zeit. Ich beschrifte dich alles und mach das öffentlich. Portal wolltest du auch noch öffentlich machen? Schon vor einem halben Jahr oder so? Ja, das ist nicht abgeschlossen. Das lade ich. Ich mache das ungern. Dead Island ist abgeschlossen. Woher sie waren, viele bemerkten. Mein Portal 2 ist auch... Keine Ahnung, wir waren nicht gerade die schlauesten. Nee, nee. Das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Aber ich fand den Lachflash cool. Den hätte ich wohl gerne nochmal gesehen. Oder gehört. Das... Kommt vielleicht ja noch. Ich bin echt fast zum Stuhl gefallen. Was ist das? Seraphim. Ist das? Die sehen voll cool aus. Ich will auch so einspielen. Einspielen. Sacred 2. Die Seraphim sind doch die Dinger mit dem Dingens auf dem Rücken. Mit dem Ring, oder nicht? Seraphim nicht? Eines dieser großen, fetten Digimon. Einer der Götter-Digimon da, oder so, die man am Ende töten musste. Seraphim? Ja, irgendwie sowas. Das kann sein. Das ist vollkommen dieses Hasen-Digimon. Aber die gerade eben hatten keine Flügel. Das sind keine echten. Ja, dann haben die uns verarscht. Lol. Wir sind wie Katzen. Wir landen wieder auf dem Füßchen. Ah. Immer. Nur, dass wir keine Leben verlieren. Ist das ein Grab? Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Wind verfolgt mich. Der Wind? Ja, der erschießt in den Wind. Der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. Ja, wollen wir dann nachher von Level 1 das nochmal starten? Jeder andere Charles? Ja, natürlich. Und dann nochmal, bis alle... Und dann nochmal, bis alle alle Charaktere hatten. Das heißt, alle 5 Stunden haben wir mal ein bisschen Abwechslung. Wieso nicht? Das Spiel kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr es für 20 Euro oder so findet, schlagt zu. Ich glaube schon. Alter. Wenn es nicht im Bundle ist... Ich wette, das Spiel war gar nicht so gewollt von Diebsilver. Ich wette, die haben... ein ganz anderes Spiel herstellen wollen, aber die ganzen Bugs haben die auf einmal so'n Spiel hergestellt. Ja, das Ding ist, das ist ja eigentlich ein Konsolenspiel. Merkt man auch. Die Steuerung. Zum Beispiel. Das ist ja... Und Portierungen sind nie gut. Oha. Das hat grad bei euch auch kurz geruckelt. Ja. Ne. Ah, ihr habt jetzt schon einen Krampf, ey. Ich rufe das hier auch mal. Nein. Ich rufe das hier auch mal. Von der Grafik her ist das ja ganz cool, eigentlich. Ja. Also optisch ist das gar nicht mal so schlecht. Ja. Außer, dass die Farben von den Charakteren vielleicht etwas zu grell sind. Dieses Blau, dieses Pink, dieses Orange, das ist schon sehr heftig. Aber sonst, von der Umgebung her ist das auch abwechslungsreich. Von den Gegnern her nicht. Wir haben wirklich 90% des Spiels gegen Orcs gekämpft. Ja. Ein neues Orcs must die. Nicht mal neue Farben haben die Orcs, glaube ich, bekommen. Ein Schwert. Ja, aber ein krasses. Eine Axt war das, ja, ich habe die Axt. Ups. 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 Ich muss nur eben gucken. Amatele, wir müssen immer doppelspringen. Alpha Erpel schreibt mir. Nein, kein Game. Ich habe was zu tun. Oh mein Gott, abwechslungsreicher Monster. Uiiiiiiiiiiii. Hat dem Großen gar keinen Schaden gemacht. Was von dem Leben. Ja, Mike, mach du mal was. Nein, nur beim Endboss. Wenn da unten Balken steht, dann man deutlich sieht, wie viel er verliert. Der Endboss kommt erst in ein paar Minuten. Oh, zieht das nicht in die Länge, Mike. Mike, mach es kurz und schmerzlos. Ich schieße das schon drauf. Guck mal, wie viel Leben er verliert. Siehst du das? Bitte. Hab Gnade mit uns. Guck, wie schnell ich er lebe. Siehst du das? Ja, ist ja schon okay. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Yay. Siehst du, so einfach geht das mit einem Hunter. Boah, die kleinen Viecher gehen gar nicht tot. Die gehen gar nicht tot. Wenn wir da auf den Boden stechen, dann geht das schnell. Relativ. Wie schnell angreifst. Beziehungsweise die ganze Zeit so angreifst, ne? Ja. Was für ein Bullshit. Ist auf jeden Fall das Spiel des Jahres. Nur noch Call of Duty Guns toppen. Mann. Nein, ich habe meine 99er-Sex verloren. Oh. Oh mein Gott, ich habe nicht mal die passende Level und ihr auch nicht, oder? Und das ist ja, muss das schon für 28. Und das ist ein Item gedrofft, was wir gar nicht tragen können. Das hätten die auch besser machen können. Schämt euch, Diepsilver. Dadurch habt ihr das ganze Spiel jetzt kaputt gemacht. Egal, wir gehen da trotzdem so durch, wir haben gar keine Probleme, ohne Witz. Ja, Diepsilver. Und jetzt ist das Spiel nur noch eine 1+. Wenn ich es benoten müsste. Und jetzt steht alles auf dem Spiel. 1 plus ist die Pässe. 1 minus. Ups. Sorry. Oh, wir stecken im Schnee. Guck mal hier, bis zu den Knien. Uiuiuiuiui. Also, ich finde, bis zu den Knien in Leichen zu stehen, weil er war dead cooler. Was bist du denn? Wie gestern. Ja, das war heftig. Ja. Wir hacken zu viert auf so'n... Ach, zu dritt auf so'n Viech, ey. Ich frage mich, wieso es nur einen 3er, äh... Coop gibt. Und keinen 4er. Obwohl es vier Charaktere gibt. Und auch... ...vier Spieler jetzt... ...glaub ich, technisch... ...machbar ist. Alles Gute. Kommt von oben. Nee, scheiße. Was ist das? Achso, die Ult von Dings. Ja, die hält doch schon lange, oder nicht? Macht zwar keinen Schaden, aber sie hält lange. Komm schon, Micha. Hau drauf. Ja, ich hab auch nur 99er-Kombo. Jetzt, 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 jetzt. Oh, yeah. Oh, meine 99er-Kombo ist gar kaputt gegangen. Wie viel Leben haben die denn? Ich spür meinen Daumen nicht mehr. Was machst du denn mit dem Daumen? Achso. Gamepad. Ah, ja. Ich bin die ganze Zeit nur am X drücken. X und Y. 3, 4 mal X, 1 mal Y. 99. Ey, wenn die doch wenigstens schneller totgehen würden. Ah. Das wäre ja optimal, wenn die so, so richtig schnell totgehen, aber dafür richtig viele. So ein richtiges Gemetzel. Das, das wäre geil. So funktionieren auch die meisten Spiele. Springt. 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 Wenn er seine Holt holt. Man wird davon gestunnt, ey. Mike, du hättest schon längst zweimal deine Holt einsetzen können. Nein, das lagerst du. Natürlich, ich habe meine Holt auch zweimal eingesetzt. Soll ich sie einsetzen? Ja, aber. Hau rein, hau rein, jetzt, jetzt, jetzt. Na, sind nicht mal all davon gestorben. Wow. Das hat 2000 Dammit zu jedem gegeben. Ja, und der ist voll im Alter. Ja, und die haben alle 5000 Leben oder so, während man mit einem Schlag meint maximal 79 oder so drauf, weißt du? Das machst du doch keinen Schaden. Ziemlich Underpower, deine Klasse. Oh mein Gott. Better buff the Hunter. Stimmt. Crap, ey. Autsch. Was? Pass mal auf, ja. Die machen nicht mal Schaden. Die stunnen einfach nur. Ist einfach nur nervig. Mike, mach deine Holt. Na warte, habt ihr gleich. Mein Gott, ihr hättest schon dreimal gemacht. Ja. Du musst, äh, länger deine 990er Combo halten. Dann kriegst du auch mehr Stuff. Was bringst du dieses Mal 66, mehr Punkte oder was? Also dieses X, die Combo, scheiße. Punkte. Nur Punkte? Weiß ich nicht. Enispunkte. Vielleicht, vielleicht geht dadurch deine Leiste schneller hoch. Seine Leiste geht schneller hoch. Enispunkte. Oh, was ist das denn? Wee. Ein Fest, oder? Was ist das? Nocturne. Plus Hackerrim. So ein bisschen. Nocturne, plus Hackerrim, wie soll das denn? Weiß ich nicht. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Hackerrim vom Oberk... Oh mein Gott, jetzt können wir die Ult gebrauchen, oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso hast du das so früh eingesetzt? Ey, da kann ich mich nicht kaputt machen, ey. Wenn du zwei Balken hast, benutze deinen Trank und dann... Titi. Oh mein Gott, der macht irgendwas. Der wirft, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dodgen, please. Dodgen, please. So Mike, gleich. Benutze deinen Trank. Los, go. OIT. Jörte. Oh mein Gott, du. Oh mein Gott. Bitte häng dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mike. 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 Post ist unser Spiel, ey. Ey, er ist aber abgebrochen. Wow, ey. Ich möchte nur Post. Die Lebenszeit zahlt sie mir zurück. Wow, ey. Gut abgebrochen. Ey, Post war's. Ey, diese komische blaue Waffe, die gehört mir. Ne, die gehört mir. Das ist, glaube ich, eh ne schwere Waffe, die könnt ihr nicht sagen. Glaube ich nicht. Ich hoffe, dass das nicht schwere ist. Ich hoffe, dass wir Level 29 dafür sein müssen. Aber das bedeutet, dass wir underleveled sind für dieses Gebiet. ados. Wow. Ja, klar. Vielen Dank.